Musik Zum Schauflügen laden die Heimatfreunde Stockum-Düren und die Hallandsfreunde Ruhrgebiet in den Vöckenberg ein. Am 1. September ab 13 Uhr stellen die Hallandsfreunde ihre Oldtimer-Traktoren vor. Auf dem Feld zwischen Pferdebachstraße und Stockumerstraße wird so gepflügt wie in den vergangenen Zeiten. Musik Fachleute erklären, wie ein alter und ein moderner Pflug funktioniert? Ja, meine Damen und Herren, wir haben eingeladen bzw. hatten mit den Hallandsfreunden und die Heimatfreunde Stockum-Düren, dass man diese Erde nicht nur aufritzen kann, sondern dass man die Erde abschneiden kann mit einem Schar. Das ist nun ein moderner Pflug. Das ist heute auch etwas anders. Wir haben hier heute kleine Messer dran, die die Erde dann teilen. Musik 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 Für das leibliche Wohl sorgen die Heimatfreunde Stockum-Düren, der Eintritt ist frei. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.